heute spielen wir wieder flip trickster und ja mal gucken wie weit die waren ich habe das lange nicht mehr gespielt da war ich schon da 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 hier war ich noch nicht so level 5 auf jeden fall so ja wieder 1,5 was war heute keine eigentlich sind wir hier nicht da und das sind daten stream aber nicht zum werben gucken weil es kommt noch an schaut mal in den kommentaren wegen den werbung nervt wen nervt das 3000 genau oder Mann! Boah, Alter. Digga, easy. Nicht. Mal sehen. Ey. Hallo. Loom. Und schon. Aua. Full stage. Nein. Ach, Alter. Wollen wir die nächsten Punkte? Danke. Wui, wui, wui. Danke. Wui, wui. Boing. Boing. Butterflip. Wui, 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 wui. Oh, Mitte. Wui, 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 wui. Wui, wui, wui. Was? 5000? Das war's. Wui, 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 wui. Wui. Ich will euch heute das Spiel nicht gucken. Hey, ich bin heute wirklich zu doof dafür. Oh, wir sind schon etwas. So spielt ein Profi. Als Noob-Player. Das war fäll. Ich sag doch, das war voll fäll, Alter. Wow. Okay, etwas wenigstens. Mann. Hier Leute, ich mach Cut. So Leute, ich bin wieder da. Wie können wir eigentlich mal neu starten? Oh, 1,5 okay. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Halleluja. 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 Ah, das geht schon mal. Dafür, dass ich mich noch treffe. Ja. Schon mal Anfang. Nein. Finale Jump. Fünfer Jump. Fünfer. Oha. Oha. Ding. Das war's. Dicker. Das war's mal wieder komplett erst mal. Leute, sorry, dass ich Cutten musste. Aber ging eben nicht anders. Das war's mal. Ne? What? 700? Uhhh. Pfff. Unmöglich. Nee, Dicker. Es geht. Es geht. Na, Mann. Es geht ja nicht. Na, fuck. Tag. Moin. Leute, kotzt euch diese Werbung auch manchmal an. Obwohl ihr einfach nix tut. Ja, Junge, das ist nicht möglich. Fickt euch. Hey. 1,5. Bringt mir nix. Scheiße. Game, Alter. Hey, Jubiläfen, Komma. Mann. Wie soll ich abspringen? Mann. Mann. Digga, ich sag aber nur, dass du das was Leute schaffst. Das war's mit diesem Video. Oder warte mal kurz weiter. Klamotten. Dann würde ich sagen, das war es mit dem Dior Chop.